Hallo Hallo Leute und äh ja wie im Titel schon seht äh es hat was mit meinen Let's Plays zu tun. Und zwar äh es ähm gab es ein grosses Problem mit Nitrado und dadurch ähm, wird Survivalcraft, das Together und das äh normale Minecraft To- to- das normale Minecraft Together abgebrochen Survivalcraft wird nicht mehr stattfinden erst mal und das Together da würde ich gern ein neues anfangen allerdings ich weiß nicht ob ein Mini-Craftnik wieder dabei ist oder nicht, aber auf jeden Fall noch mit anderen am besten so, also ich fände es schon geil wenn da, ich bin jetzt nicht einer der jetzt nur mit Freunden macht oder so am besten, ja so 4 Leute, also wenn ihr Bock hab, ich hab's heute auch wenn ihr Bock habt, einfach unter dieses Video hier schreiben und ja, einfach was weiß ich, unter dieses Video hier schreiben, dass ihr mitmachen wollt und dann als PN am besten mal nochmal, dass ihr mitmachen wollt und euren Skype-Namen oder beziehungsweise auch schon mal angeben, wie alt ihr seid und ja, männlich oder weiblich, wobei das eigentlich auch egal ist, äh wär auch lustig mit nem Mädchen dabei, aber ich glaub nicht, dass die mitmacht ah ja, ähm, und anstatt Survival Craft kommt Let's Play, ähm, ja Singleplayer Battlefield Bad Company 2 ich weiß, dass 3 auch schon draußen ist, aber ich hab jetzt mit Let's Play Bad, äh Battlefield Bad Company 2 angefangen hab auch schon die ersten 3 Parts und Battlefield 3 und ähm ja, kann ich jetzt schon mal eine richtige Info rausmachen Battlefield 3 hol ich mir auch, ähm, vielleicht hab ich's sogar schon, wenn dieses Video hier oben ist wobei ich das eher nicht denke, äh, weil ich das jetzt gleich direkt hochlade eigentlich wollte ich das heute oder morgen holen ja, und ja, Call of Duty Modern Warfare 3 hol ich mir auch heute oder morgen ähm, von Modern Warfare 3 gibt's kein Singleplayer-Let's Play, das macht mein Kumpel wahrscheinlich auf seinem Kanal das werde ich dann auch nochmal Bescheid sagen, wenn ihr Bock drauf habt aber von Modern Warfare 3 werde ich auf jeden Fall ein Multiplayer-Let's Play machen mit dem gleichen Kumpel, der auch Singleplayer spielt ja, also ein paar, einfach ein paar Runden Multiplayer aufnehmen vielleicht mach ich das auch noch mit Battlefield 3 oder Battlefield Bad Company 2 und wenn ihr Battlefield Bad Company 2 habt, dann könnt ihr mir das gerne schreiben als PN eure Namen oder mir eine Freundschaftseinladung schicken ich werde meinen Namen jetzt hier in den in der Beschreibung hinzufügen und ja es wäre schon gut, äh dass ihr dann noch Skyped habt vielleicht können wir dann einen TOGETHER machen von Battlefield Bad Company 2 vielleicht hat der oder diejenige auch FRAPS und dann könnte der oder diejenige das dann auch auf seinem Kanal hochladen na, können wir alles später besprechen ich wollte Bescheid sagen, dass die zwei Projekte, äh, abgebrochen werden und dafür ein neues kommt, äh, dafür ein neues kommt und dass TOGETHER Minecraft bald wieder startet also, wenn, nochmal, wenn ihr Bock habt, dann schreibt es in den Kommentar als PN beides, ja verbreitet das Video, damit es viele sehen okay, bis später euer Silberfischlb, ciao Ciao